Die Ruhe der Neutralität, das nicht gelebte Leben. In der Schweiz hat die Neutralität eine jahrhundertealte Tradition. Auf dem Wiener Kongress 1815 einigten sich die europäischen Mächte darauf, die Schweiz zu einer neutralen Pufferzone zu erklären. Inzwischen ist daraus ein humanitäres Weltbild geworden, welches sich in den Dienst des Friedens und des Wohlstandes stellt. Die Schweiz gehört gemessen am Pro-Kopf-Einkommen zu den reichsten Ländern der Erde mit besonders hoher Lebensqualität, obwohl es auch in diesem Land Armut gibt. Auf dem Index der menschlichen Entwicklung belegte die Schweiz 2019 den zweiten Platz und zählt damit zu den sehr hochentwickelten Ländern. Dieser Index der Vereinten Nationen ist ein Wohlstandsindikator, der das Brutto-Nationaleinkommen pro Kopf, die Lebenserwartung und die Dauer der Ausbildung berücksichtigt. Die Welt misst also das menschliche Entwicklungsniveau eines Landes an seinem Wohlstand. Das heißt, es setzt Wohlstand mit hohem Entwicklungsniveau gleich. Dieser Maßstab ist sehr einseitig materiell ausgerichtet. Dem irdischen Anteil des kollektiven Bewusstseins der Schweiz geht es gut? Wunderbar. Doch ist das wirklich alles? Bei einer Umfrage im Jahr 2019 unter der Schweizer Wohnbevölkerung gaben 53,1 Prozent der Befragten an, dass in schwierigen Momenten des Lebens Religion und Spiritualität eine eher bzw. sehr wichtige Rolle für sie spielt. Das heißt, gerade einmal etwas mehr als die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer interessiert sich lediglich in schwierigen Situationen für Spiritualität. Diese Umfrage zeigt, dass Neutralität und Wohlstand zu einer Trägheit im Bewusstsein führen können, die vom Wesentlichen des Lebens abhält. Statt das vollständige transzendente Bewusstsein mit universell irdischer Gestaltungskompetenz und innerer Liebeserfülltheit zu erfahren, bleibt es beim materiellen Wohlstand eines unbewussten von anderen abhängigen kleinen Egos. Zugleich hat die Schweiz ebenso wie Deutschland jedoch speziell durch seine gute irdische Situation die besten Voraussetzungen dafür, sich mit dem höheren Bewusstseinsniveau des neuen Zeitalters zu befassen. Die Schweiz und Deutschland verbindet ein vielfältiges, enges, gut nachbarschaftliches Verhältnis, nicht zuletzt aufgrund der im größten Teil der Schweiz gemeinsamen Sprache. Insofern hat die Schweiz beste Chancen, von dem sich von Berlin aus verbreitenden höheren Bewusstseinsniveau des neuen Zeitalters zu profitieren. Worum es dabei geht, können die Schweizerinnen und Schweizer in Mosubi-Weltheilung, die Bibel, Heilige Schrift des neuen Zeitalters nachlesen.